Dann schlagt eure Bibeln auf in Apostelgeschichte, Kapitel 4. Wir haben also so eine, ja, ich sag mal im Deutschen, Playlist halt. Eine Videoliste, wo man Kapitel für Kapitel der Apostelgeschichte sich dann anhören kann, oder anschauen kann. Weil diese Botschaften aufeinander aufbauen und vorwärts gehen. Okay, Apostelgeschichte, Kapitel 4. Und lasst uns in Vers 31 reinschauen. Wir haben hier also die Gemeinde, die versammelt war, im Gebet. Und wir haben mitgekriegt, dass es vorher verboten wurde, in dem Namen Jesus zu lernen, zu predigen und zu heilen. Und wir haben herausgefunden, dass diese Versammlung dort also ihre eigene Versammlung war. Und so wie sie eine hatten, braucht auch jeder andere Gläubige eine eigene Gemeinde, Versammlung, wo er zugehörig ist. Sie kamen zusammen, sie versammelten sich also, sie wuchsen miteinander, sie, ja, lernten miteinander. Und so wie man das macht und dann auch zusammen betet, dann ist man in allem auf derselben Seite. Und sie waren in diesem Punkt wirklich alle auf derselben Seite. Sie haben erklärt, der Teufel wird es nicht schaffen, diese Bewegung aufzuhalten. Und im Vers 31, es sagt, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte. Nun stimmt ihr mit mir überein, dass da wirklich Kraft freigesetzt wurde? Wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also sie beteten nicht nur im Verstand, sondern auch in anderen Zungen. Denn das Wort sagt, wenn wir mit Zungen beten, werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und wisst ihr, genau das ist es, was Gott tun möchte. Er möchte Schwachheit in Kraft verwandeln. Er ist ein Meister darin, das zu vollbringen. Er ist Meister darin, schwierige Situationen herzunehmen und die ganze Sache in einen Sieg zu verwandeln. Der Punkt dabei ist, du gibst nicht auf, du hörst nicht auf bis zum Ende. Und du vertraust, dass Gott dich in jeder schwierigen Situation in deinem Leben zu seinem guten Ende bringt. Erinnert euch, in der Bibel steht da geschrieben, dass es ihnen verboten wurde, in dem Namen Jesus noch weiter zu reden. Und hier steht es jetzt berichtet, dass sie mit Freimütigkeit das Wort Gottes redeten. Vers 32 Und die Menge der Gläubigen, was bedeutet, dass es wirklich eine Menge an Leuten waren, die glaubten, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie waren wirklich zusammen in ihrem Herz. Nicht jeder irgendwo verstreut unterwegs und seine eigene Sache durchziehen, sondern sie waren zusammen. Und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigensein. Sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Nun möchte ich folgendes sagen. Das ist die einzige Szene in der Apostelgeschichte, wo eine Gemeinde aufgeführt wurde, die genau das so gemacht hat. Und es gibt so einige Leute, einige Kulte auch, die das so nachahmen und sagen, wir leben alle an einem Ort und haben alles gemeinsam, so wie es hier als Beispiel auch genannt war. Aber das so einfach nachzuahmen ist nicht biblisch. Und wenn das wirklich eine biblische Praxis wäre, eine Lehre sozusagen, dann hätte man das gleiche Beispiel auch in anderen Gemeinden finden müssen. Wir haben auch eine andere Situation, wo es das sogenannte 10% Gesetz gab. Und als Verfolgung gegen die Gemeinde kam, wenn man da einen Christen gefunden hatte. Und man muss verstehen, dass die Verfolgung am Anfang gegen die Gemeinde aus zwei Richtungen kam. Man hatte die Griechen, die all diese Gottheiten und Götzen anbeteten. Und wenn also darin jemand dann ein Christ wurde und die Götzenanbetung verlassen hat, hat das allein schon Verfolgung hervorgerufen. Und dann hatte man jüdische Gläubige, die die jüdische Religion verlassen hatten und haben Jesus nachzufolgen begonnen. Und so ist also Verfolgung aus diesen zwei verschiedenen Richtungen auf die Gemeinde gekommen oder gegen die Gemeinde gekommen und hat so mittendrin eine wirklich ganz gewaltige Verfolgung gegen die Gemeinde der Christen hervorgerufen. Also früh in der Gemeindezeit da wurde gesagt, wenn man einen Christen an die Behörden verraten hat dann konnte man 10% von den Enteignungen der Christen an sich nehmen. Und das ist auch ein Grund dafür, dass einige dieser Verrate begangen wurden. All right, let's look at this. It says, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul neither said any of them that ought of the things which he possessed was his own but they had all things common. Und so heißt sie also, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und das Traurige ist, und so sollte es eigentlich nicht sein aber manchmal, wenn Verfolgung wirklich auftritt, dann findet man heraus, wer die wahren Gläubigen sind. Weil in dieser Drucksituation die Leute wirklich zusammenrücken müssen, sie müssen zusammenrücken. Und das ist nicht, was ich bete, dass das wirklich grausame Verfolgung jetzt auftritt aber manchmal, oder wenn das so ist und wenn das so war dann sind die Leute wirklich zusammengekommen und man hat gesehen, wer wirklich zusammenhält. Und ich muss auch euch hier als Gemeinde sagen, dass wir einige Dinge haben, die gegen uns als Gemeinde gehen. Und das ist draußen, da auf der Straße. Aber wir werden keine Kompromisse schließen. Wir glauben an Jesus Christus. Und wir glauben an dieses neue Leben in ihm. Und wir glauben auch an diese Bibel. Und, you know, yesterday, a man I don't even know, never talked to in my life just starts talking about something was said in somebody's pulpit against our church. One of the evangelical churches. That's crazy. Und gestern habe ich jemanden getroffen, mit dem ich noch nie zuvor geredet hatte. Und er hat mir berichtet, dass vom Pult aus einer anderen evangelischen Gemeinde Dinge gegen uns gesprochen wurden. Nigel in seinem Geschäft hatte ein paar verrückte Dinge am Laufen. Und sogar Leute, die auf der Straße vorbeifahren, haben unschöne Dinge gesagt gegen uns. Aber ich sage euch einfach, ihr mögt vielleicht durch, oder ihr werdet möglicherweise durch einige Verfolgungen gehen. Dafür, dass ihr hierher kommt. Aber wir gehen vorwärts. Ich glaube einfach der Bibel. Amen. Und wisst ihr, ein Kult ist etwas, was Menschen versucht zu kontrollieren. Ja, aus eigennützigen, persönlichen Vorteilszwecken. Aber unsere Verantwortung ist es, euch das Wort zu geben. Aber zur gleichen Zeit ist es auch eure Verantwortlichkeit, in der Bibel zu überprüfen, was ihr bekommt. Und wenn ihr die Dinge im Wort findet, das ist nicht zwischen mir, das ist nicht zwischen Raphaela oder irgendwelchen anderen Ministerien, das ist zwischen euch und Gott. Und dabei ist es keine Sache zwischen dir und Raphaela, mir oder irgendeinem anderen Diener Gottes, sondern all das ist eine Sache zwischen euch und Gott allein. Und wisst ihr, meine Eltern, sie haben in Amerika ein wunderbares Camp. Und denk mal drüber nach, als wir dieses Camp gestartet haben, haben wir wirklich ausgesehen wie ein paar ganz total verrückte Leute. Mein Stiefvater hat damals einen wirklich sehr, sehr guten Arbeitsplatz verlassen. Warum? Weil sie damals eben von Gott diesen Eindruck bekommen haben, dass sie ein christliches Camp bauen sollen. Und dann hatte Mama sogar noch eine Vision, während sie im Gebet war. Sie hatte einen Traum. Sie hat diese Berglandschaft gesehen, oder diesen speziellen Berg gesehen. Und dann hat Gott diesen Vers ihr gegeben, aus unserem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Wir hatten ein schönes Haus. Wir hatten ein Auto. Mein Stiefvater war der Feuerwehrhauptmann in der Gemeinde. Und er hatte wirklich, also, you or here? Nein, mein Vater, Stiefvater. Und mein Stiefvater hatte einen wirklich guten Arbeitsplatz. Und so haben wir also diesen guten, gewohnten Wohnort und Lebensraum verlassen, sind dort hingegangen, wo kein Strom, kein Wasser war, wo wir dann im Zelt lebten, wo einfach nichts war. Und wir haben die Weisung bekommen, ein christliches Camp aufzubauen. Und sie haben dann sogar in der Zeitung über uns geschrieben. Und dann haben sie mit einer Titelüberschrift sozusagen und mit Foto-Unterstützung gesagt, Mr. Phillips sagt, Glaube wird dieses Gebäude bauen. Und wir hatten dann sehr viele verrückte Dinge, Dinge, die gegen uns vorgingen. Aber wisst ihr was? Dieses Camp ist heutzutage wirklich gebaut. Und es ist wunderschön. Und heutzutage kommen jedes Jahr 10.000 Leute in dieses Camp. Und es gibt Straßen, Strom, wunderbare Gebäude. Aber es war eben nicht einfach, als der Widerstand hervorkam. Aber sie sind stehen geblieben. Amen. Amen. Und ich sage euch warum. Weil wir eine Gruppe von Leuten hatten, die niemals aufgaben. Und sie geben niemals auf. Und sie haben festgehalten an der Vision in ihrem Herzen, die sie von Gott bekommen haben. Halleluja. Und das ist gewaltig. Das ist wirklich gewaltig. Und diese Gruppe hier hat auch nicht aufgegeben. Sie haben nicht aufgegeben. Sie haben zusammengezogen. Everybody say they pulled together. Halleluja. Ich sage mal alle zusammen, sie sind wirklich zusammengerückt. Sie sind wirklich zusammengerückt. Ist das nicht wirklich großartig? und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Also was passiert, wenn wir wirklich zusammenrücken und zusammen an einem Strang ziehen, dann ist große Gnade dabei. Es lebt auch niemand unter ihnen Mangel. Und schaut euch das jetzt an, wie es hier weitergeht. Denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften. Also da waren tatsächlich Leute, die sogar mehrere Häuser hatten. Ist das nicht erstaunlich? Und ihr könnt hierin ihre gebenden Herzenseinstellungen sehen. Diese Leute wollten nicht, dass die ganze Bewegung zum Stoppen gebracht wird. Und sie legten also den Erlös den Aposteln zu Füßen und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Also sie hatten wirklich ein Herz. Dass jeder gesegnet wurde und jeder vorwärts gehen konnte, so dass die gesamte Bewegung vorwärts ging. Und wisst ihr, ich habe es bereits schon gesagt und ich werde es jetzt nochmal sagen. Preis sei Gott, warum sollte nicht jeder in dieser Gemeinde dafür glauben, dass er ein Millionär wird? Warum der nicht? Warum nicht? Ein Pastor wäre ja wirklich töricht, wenn er nicht so denken würde. Weil Gott möchte, dass wir alle wirklich genügend und überflüssig haben. Und je mehr ihr habt, desto mehr die ganze Gemeinde hat, desto mehr können wir tun, zusammen. Amen? Zusammen. Halleluja. Also stehen wir auch hinter jedem. Und wir glauben auch für jeden, dass er vorwärts geht und Wachstum erlebt in den Finanzen. Amen. Und wir danken dir, Jesus. Dieser geizige Spirit in der Kirche muss zu gehen. Ich spreche über in Deutschland. Stingy. Dieser Stingy-Geist, dieser Geizgeist, der muss wirklich im Leib Christi in Deutschland aus den Gemeinden verschwinden. Und ich kann es euch wirklich wahrhaftig sagen, es gibt einen bedeutsamen Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Gemeinden. In Amerika glauben sie wirklich und sie senden das Evangelium in die Welt und sie senden das Evangelium auf alle erdenkliche Art und Weise raus in die ganze Welt und sie glauben dafür und machen es deswegen auch. Und Leute, oder manche Leute kritisieren Diener Gottes wie zum Beispiel Kenneth Copeland. Aber wisst ihr was? Das meiste Geld, oder das meiste Geld von dem, was reingebottet wurde in die Evangelisationen von Reinhard Bonke, wo über den Lauf der Zeit über 36 Millionen Menschen zum Herrn Jesus fanden, viel Geld davon wurde durch den Dienst von Kenneth Copeland bereitgestellt. Halleluja! Amen! Und dann sagen Leute vielleicht, oh, dieser Prediger hat sogar einen eigenen Jet. Und ich meine, lasst euch diese Frage stellen, wo wir uns wirklich in unserem Denken erneuern müssen. Wenn du jedes Mal, wenn du ein Mikrofon in der Hand hast, Millionen von Leuten in dem Evangelium dienst, und ein eigener Jet deine verfügbare Dienstzeit um 80 Prozent vergrößern würde, wäre es dann nicht gut, für deinen Dienst solch ein Werkzeug zur Verfügung zu haben? Versteht ihr, was ich sage? Das ist mehr wichtig, als Facebook-CEO oder Öl-CEO um ein Jet zu haben. Das muss man für die Ministerien benutzen. Und das wäre doch viel wichtiger als Facebook oder Öl oder... Was noch? Egal, all diese Dinge zu haben, Geschäftsführer. Oder Ebay-People. Das wäre doch viel wichtiger als Facebook-CEO. Geschäftsführer und so weiter das haben. Was ist denn wichtiger? Das Evangelium ist doch das Wichtigste überhaupt, wo wir unser Geld reinstecken würden. Und diese Gemeinde hier hatte genau das in ihrem Herzen. und wenn wir wirklich Gott so glauben, dann werden wir dabei keinen Verlust erleiden, sondern wir gewinnen. Denn Gott wird das Geld zu den Leuten lenken, die sein Werk finanzieren. das macht er. Gott wird dafür sorgen und er wird das Geld zu denen Leuten lenken, die sein Werk finanzieren, unterstützen, mittragen und obendrauf wird Gott dafür sorgen, dass es ihnen dabei selbstpersönlich wirklich gut geht. Halleluja. Glaub dafür, Gemeinde. Glaub dafür. Begnüge dich nicht mit dem, wo du gerade stehst. Halleluja. Ist das nicht gut? Und das ist genau diese Herzenseinstellung, die auch die nächste Person hat, die jetzt in diesem Buch hier reintritt. Hat jemand schon mal von Barnabas gehört? Barnabas war eine Person der Barmherzigkeit. Und dieser Mann war so dankbar, sein ganzes Leben hat sich vollkommen umgekrempelt. Er wurde von neuem geboren, getauft mit dem Heiligen Geist und wurde brennend für Gott, voll mit mit dieser selbstlosen Liebe und wollte, dass jeder andere auch das hat, was er bekommen hat, was sein Leben so verändert hat. Und was passierte? Und es heißt also in Vers 36 und Joses Joses aber der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levite, ein Levite, also können wir hier sehen, dass er auch eher ein Jude war, aus Zypern gebürtig. Ich möchte eines Tages auch dorthin gehen. Und ich sage euch was, ich möchte das hier finden. Denn wisst ihr, Barnabas hatte dort ein Grundstück. Und es wird gesagt, dass er dort ein sehr schönes Feriendomizil hatte. Und so kann man vielleicht denken, dass dort heute immer noch ein schönes Feriendomizil vorhanden ist. War irgendjemand von euch schon mal auf Zypern? Nun, dann können wir zusammen als Gemeinde mal dorthin gehen. Also er besaß dort dieses Feriendomizil und er ist so begeistert über das, was Gott in seinem Leben getan hat. Dass er sagte, ich werde das ganze Grundstück verkaufen und den Erlös der Gemeinde geben. Dass andere Leute dieselbe Segnung bekommen können, die ich selber habe. Dass die gesamte Bewegung vorwärts gehen kann. Wisst ihr, was er bekommen hat, war wichtiger als sein gesamtes Land. Es war wichtiger als sein Grundstück. Sein Leben hat sich radikal verändert. Ist das nicht kraftvoll? Also er verkauft er all das und legt es den Aposteln zu den Füßen. Okay, jetzt kannst du.